Es ist der 2. Juni und wir gratulieren heute recht herzlich Armin zum Namenstag. Ja, der Armin, woher kommt der Name? Da gibt es ein paar Theorien, entweder aus dem Lateinischen von Armin, aus Armenien stammend, oder eben auch aus dem Germanischen Ermin, Irmin, für groß und gewaltig, also der Große. Armin ist aktuell 51 Jahre alt, das sagt unsere App Namechecker, die wir hier mal hinterlegt haben. Ja, der Armin, der Heilige, warum feiern wir heute den Abendstag? Das liegt an dem heiligen Armin, der starb der Überlieferung nach, im Endeffekt, zusammen mit seiner Mutter, den Märtyrer-Tod. Man weiß, dass er für Christus starb, Zeit und Ort des Materiums sind aber nicht bekannt, und er wurde auch schon früh in Ägypten und Abyssinien verehrt für seinen Glauben. Ja, von daher der Armin. Ja, welche berühmten Armins kennen wir? Wir kennen Armin Rohde, den Schauspieler Armin Fee, das ist ein Fußballtrainer, und Armin Rossmeier, das ist ein berühmter Koch. Ja, weitere Informationen zu Namen, Namenstagen, Namensbedeutung, Herleitung, Altersschätzung und so weiter. Unsere App Namechecker, die man im Webstore bei Google Player runtergeladen kann. Und weitere Informationen zu Namenstagen, unsere App auf unserer Webseite www.maran.com.de und da unter Namenstage. Herzlichen Glückwunsch an alle Armin.